bei unterschieden raffin es kann ich unterstützen kassaretro würde sich köstlich an euch amüsieren aber solange der großmeister hinter ihm steht wir bereit zu sterben und zu töten aber das ist bei euch mit sicherlich ähnlich oder nicht oder darf die pante gerade das nicht lasst mich euch lasst lieber die guten ball tags er kann sie sich persönlich euch von bade und scheller erzählen ja die waren etwas naja also ich würde doch viel eher also bade und scheller schlechte herrscher und so geht die geschichtsstunde los das dauert nämlich mindestens eine stunde kann aufbrechen nachdem er sich etwas ausgeruht hat ein frisches pferd besorgt hat in richtung wildermark reisen richtung sonnenland raffin und isa rohn in richtung der kaiserin gehen die hat sich zurückgezogen in die villa bernfang auf dem villenviertel hat also selbst nicht den fürstenpalast für sich in anspruch genommen auch wenn es ihr gutes recht wäre doch so nach einigem suchen könnte sie in der villa bern fahren aufstöbern ist auch dabei zudem ist auch dabei da seid ihr hallo ich habe jetzt nachrichten für euch also ich habe kämpfer gefunden für die schlacht das ist ja erstmal positiv ja ja der schlechte punkt sie glauben ich bin ihr könig ähm der kann ich von von wem von talf aber was ist gar nicht oh talf ist ein kleiner marktflecken an der rechtsstraße die in rost in richtung osten führt das ist doch kein königreich richtig natürlich nicht sie wurde von einem einem stamm barbaren aus den trollzacken eingenommen die einen selbsternannten könig dabei hatten unser gefährte rafimir hat diesen im zweikampf versiegt und wurde dann von den barbaren zum barbaren könig von talf ernannt sie knallt die augen zusammen habt ihr eine krone ich habe durch bekommen aber ich will nicht könig sein aber ich wollte euch vorwarnen weil wenn die auftauchen die sind laut und die brüllen die nennen mich bestimmt könig dass durch das zeichen der königswürde das ist dass du dem anderen aufs maul gehauen hast ich weiß nicht ob es ein zeichen der königswürde ist oder einfach nur ein zeichen der stärke das weitergereicht wird im zweikampf also wie wie großartefakte immer den träger besiegt kriegt man es also gut ihr dürft den dolch behalten sie schaut kurz rüber zu melden störebrand entdeckt doch nur also gut wir brauchen jeden kämpfer den wir kriegen können und wenn ihr rafim ritter des reiches und von normales uns mit diesen kriegern unterstützen mögt dann werden wir sie akzeptieren trollzucker sagt ihr ja sind ganz verrückt die leute vielleicht kommt auch ein troll aber da bin ich mir nicht sicher sie knallfeln die augen zusammen aber den kennt ihr der ist minister für troll angelegenheiten ernannt von bardo und scheller was war doch und scheller oder jaja ich weiß nicht mehr ob von bardo und scheller aber jedenfalls ist es tatsächlich ein historischer minister für troll angelegenheiten er ist immer noch am leben ja es ist eine sehr lange zeitgenosse tatsächlich okay dann wird er aber er gehorcht euch auch also gehorchen ist ein hartes wort der macht mit weil er glaube ich den schwarzen drachen hast richtig die trollzucker und auch die trolle haben erzählt dass sie diesen schwarzen drachen bereits seit jahrhunderten und jahrtausenden kennen und immer wieder bekämpft haben und sie werden sich auch diesen kampf anschließen ist das diese riesige gestalt die wir im wald gesehen haben exakt diese ja genau der riesengroß ich erinnere mich das war vor meiner als ich noch die zeit damals ja genau er wollte ich euch eigentlich auch gar nicht sagen ihr schafft das schon so und jetzt können die beiden und mit euch reden weil die können das besser als ich ja also für mir sagt kein könig das wisst ihr oder könig sein wird auch voll anstrengend ja ist das und ich will nicht könig sein und danke ich will offen und ehrlich mit mir war trafigen ja gerne ich bin gerne rafim und ich bin gerne korke weiter das solltet ihr mal probieren wenn der zeit habt ich halte es eher mit der herren ronde doch das ist gar kein problem wir kommen ja alle mal von der herren ronde also gut zudem in dieser und was habt ihr mir zu bräuchten wir haben nicht genau zu lamin wir haben über eure sorge oder euer mögliches problem beratschlägt die magie und geweihten und wir bringen gute kunden ihr müsst euch in keinem fall sorgen machen denn die raya kirche hütet ein geheimnis wie gegen flüche vorzugehen ist deswegen möchten wir euch anbieten dass wir nach der schlacht einen großen gottesdienst im tempel abhalten und die herren raya bitten diesen fluch sollte er überhaupt existieren was nicht gewiss ist von euren schultern zu nehmen ihr braucht euch also keine weiteren sorgen machen der fluch ist sowieso nicht möglich weil ich schon eine familie habe nun seht ihr solltet ihr euch dennoch sorgen machen wie gesagt unser angebot steht ihr dürft gerne nach der schlacht darauf zu kommen voltax und ich sowie der draconita asabo werden uns nun auf den weg zum wasserfall etwas nördlich von hier machen wir wollen mit einer nymphe sprechen um die wunden des hohen vaters zu heilen die nun wir werden sobald es möglich sobald es möglich ist aufbrechen denn der hohe vater leidet schon sehr lange darunter und wir wollen ihn sobald es geht verfreien also gut dann rondra mit euch und fex und die götter die ihr braucht und mit euch wir sehen uns bald wieder zulamin du bist übrigens nicht ganz sicher was sie damit sagte sie meinte dass sie schon eine familie hat eigentlich sind alle tot zulamin denkt sich vielleicht liegt jedoch mehr an diesen bruder auf den sie immer so schimpft als sie sonst so zu gibt so könnt ihr eure taschen packen aber ich möchte aufbrechen in richtung von hans win genau zusammen mit auf ihm zusammen ich hätte vorher vielleicht in der zwischenzeit mal probiert in romlis ein bohr und gewalt aufzutreiben dass der sich um die leiche der fürst immer den fürsten kümmert ja du triffst wieder auf die goldgerätten marboria die ihr schon kennengelernt hat vor allem beim bohr und anger als sie den ja torwahl an lebendig in das grab getreten hat ihm die zunge rausschnitt sie schaut dich fitster an wird die sterblichen überreste von der fürstin im begunde übernehmen eingewickelt in tücher seiten stoffe der teppich wurde mittlerweile entfernt und mit einem dank der bohr und kirche wird sie für ein begräbnis sorgen ich würde nur zu mieten schweigen bewahren und mich dann zu raffin begeben so bricht ihr auf kurze zeit später auch diese runden zu lamin und beutags ja ich wollte in der akademie ja noch eine sache nachschauen ja und zwar ein möglichst guter ort und meine herbeirufung dann durchzuführen wenn es denn hart auf hart kommt und wir in die schlacht mit dem drachen ziehen also ich würde einfach gucken dass ich wirklich guten ort aufs note noch mal karten wälzen bücher lesen für einfach mal eine geografie probe ein grobes ziel hast du ja schon wenn du im hinterkopf hast dass du den grauen mann herbeirufen magst irgendwo also entweder am dapp hat und der boxen wasser ist muss man sagen wissen talent oder da ist es dann habe ich das nicht sagen und legenden ich meine er sucht nach elementaren orten der elementaren reinheit oder das könnte man sicherlich auch auf meine kunde ableiten ansonsten könnte ich bald tags später auch unterstützen wenn er mit mir über sachen redet die probe ist lockerflockig gelungen und dann bricht ihr auf einen halben tag in richtung des wasserfalls dem größten wasserfall von aventurien ist hier wieder vor der schäumenden gesteht den regenbogen der hier in die luft gezaubert wird ihr erinnert euch als ihr die zargeweite vor wenigen wochen hier getroffen hatte spürt ihr das ja es ist ein bisschen furcht ja wasser und luft in elementaren einklang es gibt wenige orte ich mag es nicht warum sind wir hier wir gehen bald wieder zurück also haltet noch ein bisschen still zurück zu meiner frau ja das tut ihr ja bei zeiten wir gehen jetzt erstmal in die kaverne da ist es schön wird euch gefallen es ist ein bisschen glitschig ihr solltet aufpassen dass ich nicht ausrutscht es ist kalt da und manchmal tropft es von der decke aber egal das werdet ihr schon aushalten ihr seid ihr nicht aus polyparen was ist das dann da drüben ein fahrtempel ja er ist tatsächlich ein bisschen besser in schuss als das letzte mal wunderbar das ist ja schön also jetzt voran voran und hier soll jetzt eine nymphe leben poltags wird das aber ja sehr nett das letzte mal haben wir sie also ich habe sie bevor unheil bewahrt und gehe einmal schauen ob ich sie finde ja und dann würde ich ganz gemächlich hin zu diesem wasser gehen in dem die für das letzte mal zu finden war und mich mit meinen füßen rein stellen die wasser oberfläche leicht berühren ich würde diesmal nicht untertauchen weil ich denke dass sie sich diesmal nicht zurückzieht ins wasser sondern durchaus auch daraus hervortreten kann und ich würde dann natürlich zum sprechen trotzdem mein kopf unter wasser tauchen und dann auf visual widersprechen genau hallo hallo ich wollte mal sehen wie es dir geht gut aber das freut mich zu hören das ist ja sehr schön wir sind auch noch aus einem anderen grund gekommen dieser dieser hallo könnte die das damals angetan hat diese schuft genau dieser sitten stolz wir konnten ihn vernichten also du musst keine angst mehr von ja das wollte ich dir sagen allerdings hatte es ein spielen und ja gleich ein bisschen aber zunächst sind wir wegen einer ernsteren sache da er hat leider ein freund von sie hätte ein ball aus wasser zu und wenn du versuchst ihn aufzufangen explodiert an deiner hand und du bist nass dann spritze ich sie so ein bisschen mit wasser nass aber siehst du diesen mann da hinten er wurde von diesem gleichen fiesling verletzt und wir wollen gründen wie wir ihm helfen können offensichtlich hat er doch mehr schaden genommen als du er ist eben nicht so naja ich mag sie doch mal ruhig das war stinkstiefel da ist er wirklich also davor war er sehr nett er hat uns schon einmal in seinem tempel übernachten lassen als die drachentage waren also eigentlich ist er ganz nett aber seitdem dieser fiesling in der stadt ist er so gereizt und auf jeden fall naja könntest du vielleicht mit meiner guten freundin da hinten reden und ihrem freund die sind jetzt ein paar und vielleicht kannst du ihnen erzählen wie es bei dir war so dass sie ihm helfen können ja okay aber sie müssen reinkommen ja dann bin ich die beiden ran die junge dame würde jetzt gerne mit euch sprechen aha sehr schön müssen wir den kopf unter wasser tun nein nein kommt einfach ins wasser hinein zieht eure stiefel aus dass vielleicht bis zu den knien lasst euch vom wasser tragen ist das nicht kalt jetzt überhaupt stellt euch nicht so an gut na gut ja isa run zieht dann ihre stiefel aus ihre wollsocken aus dass es schließlich noch vier hohen die gar nicht ist zwar schon mittlerweile nächster monat ja und starks dann ein paar schrittchen hinein ins wasser sei gegrüßt aliola hallo da wir hoffen es geht ihr gut wir sind gekommen um etwas mehr darüber herauszufinden wie du verletzt wurdest und wie du dich davon erholt hast das hier ist mein sehr guter freund asavo er wird dir einige fragen stellen okay und so wird asavo ein zwiegespräch mit aliola beginn herausfinden wie sie verletzt worden ist und dann nach und nach den hohen vater dazu bitten so dass er dann beide hände nachdem es ungefähr eine stunde gedauert hat diese unterhaltung auf beide parteien legen und dann mit dem segen von der gelie und mann der hand beginnt dein wirken mächtige göttern liegt in und über dieser welt und nur deines auges deines geistes alldurchdringen sie in dieser form erhält dein wissen wandelt alles hin zum guten darum hältst du ewig wacht nichts jedoch besteht in deinem zorn und einer macht es sind allweise große weberen marder mondmächtige naglador gewaltiger er schlägt dreimal die zeichen der göttern an den ecken gleichseitige dreiecke und beim verführen der zeichen ruft er immer wieder hessinde allweise große weberen marder mondmächtige naglador gewaltiger ungefähr eine stunde dauert es dann fällt die gräßgrämigkeit und der fluch von logram und von dem travia hochgeweihten ab ich würde das gerne austesten wenn ich denke dass er wieder einigermaßen bei sich ist würde ich gerne mal eine handvoll wasser nehmen und direkt ins gesicht spritzen seine reaktionen darauf abwarten ach das ist aber kalt keine sorge ihr habt die test bestanden ihr nicht sofort grießkänig oder unwirsch reagiert ja es tut mir leid ich muss mich entschuldigen das war nicht ich ach kein problem aber können wir jetzt wirklich bitte zurück zu meiner frau ich vermisse sie ja natürlich wir bringen euch sofort wieder zurück ans warme herdfeuer ich glaube isa rohn und ihr seid ja auch durchnestern stellen wir uns gemeinsam wieder in unseren schönen tempel und dann genießen wir die die zeit etwas am warme herdfeuer was hatte die erforderung hervorragende idee nicht wahr ja durchaus durchaus nur eine kleine sache noch immer noch mal einen kleinen edelstein einen weiteren aquamarien lasse ihnen dann in das wasser gleiten ob dank dank niemand antwortet er dir den halben tag zurückreisen könnt werden aber mir und zulamin als ihr im gasthaus sitzt könnt ihr dort erkennen wie jemand sitzt bereits 34 große bierhumpen leer neben sich stehend albrax albrax jetzt nicht gerechnet aber erfreulich was was tut ihr hier was solche tun wir für reisen nach romales also ich was macht answürden wir setzen ein bisschen im neuen von hier ich sollte mitkommen wir haben jetzt wohl ja wir wollten einfach nur sagen dass wir jetzt da sind und wenn es hilfe gibt dann also answürden will jetzt wohl rüber setzen mit boten in den reiben stein wir haben sein faust fand wie es wollte aber ich glaube es ist auch gut dass ich mit roya spreche nicht dass sie denkt wir wir zwerge kann man zur politik oder so was uns geht es nur darum dass das mittelreich und die 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 oberwelt dass es ihnen gut geht mir ist egal wer das regiert ich will nämlich dass sie denken dass ich machte ihre mutter und ihre oma und naja wie sie alle heißen kinder und klamm reto ja alle und ihr ihr bringt jetzt äh wer bist du denn das ist der rote hallertissen und der hallertissen sag hallo einen guten tag hochkönig äh ich bin ein wachs answürdig ein wachsmein er ist wohl ein guter freund von answürden denn er wollte ihn unbedingt zurück haben also bringen wir ihn ihm wie ein geschenk ja macht er gut da sitzt die straße hier nach oben nicht direkt am ochsenwasser aber an den zwecher herzwäldern da sitzt er könnte gar nicht verfehlen kurz vor oxen rät große armee da sitzt da wird die auf uns warten und mit uns nach oben nicht zurückkehren ihr werdet sicherlich noch einen tag hochreisen und ich werde ein tag runterreisen vielleicht treffen wir uns ja hier wieder ich weiß nicht wie lange ich ja rommel das bleibe wahrscheinlich länger also meine zwecke sind noch da aber ich wollte erstmal mit eurer sprechen ich habe wohl gehört dass sie da ist ihr solltet etwas vorsichtig mit ihr umgehen sie ist etwas tönern könnte man sagen ach quatsch ihr zustand der geistiger zustand ist nicht der beste aber seid gnädig zu ihr habe mir ich lebe 200 jahre unter menschen und du willst mir erzählen dass ein bier sowas nicht kurieren kann es ist keine zwergen ja wie schon sagt ich habe 200 jahre unter das war ein witz aber mir du musst lachen wenn du ich mochte dich schon in den gärten nicht das wird nichts mehr das war ein witz war ab sicherlich den kopf als zu lachen den ersten hast du nicht verstanden oder aber wenn du bist du musst du unbedingt zusammen mit bolt hat sonst noch mal mit der armbrust erklären mit zwei zwergen wird das bestimmt noch interessanter beutags und die armbrust geschichte ja ja die hat er mir auch schon erzählt ja vielleicht kommen wir noch mal dazu jetzt geht einfach nur dass du deinen geist auf dinge längst die dich uninteressant machen für gedankenspielerei muss ich einfach konzentrieren völlig egal an was du denkst da ich glaube dass wir da muss ist wichtig nein fragt mein bruder mein bruder kann dir das noch besser erklären ich bin ja mal wer ist denn ein bruder mein bruder ist der angers hochgeweite kann er so ein vulkan machen ja die größten vulkaner das ist wirklich erstaunlich das war wunderschöne mitten in der feindlichen armee ist er aufgegangen ich war begeistert ein groschgeweite das ist schon was fallen ist ja ja und wo läuft freutags um hat er sich wieder bei den pilzzüchtern irgendwo verkrochen nein die mögen ihn doch nicht mehr er geht eine nymphe besuchen ja deswegen dachte ich dass er eine nymphe besuchen ich dachte er hat es nicht so mit wasser das hat sein bruder naja das hat er ganz gut verarbeitet denke ich was war mit deinem bruder weil das noch nicht erzählt auch noch mehr nein dann ist es auch keine geschichte die ich dir erzählen werde die ist nämlich nicht lustig nun gut bist du sicher dass du das nicht weißt ja vielleicht wird es dir auch nicht erzählt ja gut also lasst uns noch ein paar bierchen aneinander kippen und ich werde von hier aus nach süden und hier nach nord und voroxen rät liegt daran ja noch vielen dank müssen wir etwas wissen über hans wien äh er gewinnt immer das meinte ich nicht wie lief das mit galles ich habe gehört ihr habt das eingenommen ja habe ich auch nicht ganz verstanden er kam davor hat mit seinen flaggen geweht und wollte dann wir wollten gerade mit unserer hartillerie schießen da öffneten sich die tore und galles ist ansonsten uneinnehmbar müsst ihr wissen zumindest sagt man das wenn es mehr gekommen ist es ist nicht ein neuer neber vielleicht hat er deswegen die tore geöffnet schaut wieder zu rafim ja ich dachte da sitzen nekromanten er hat doch sicher keine gemeinsame sache mit nekromanten gemacht auf jeden warum machst du nicht da hast du nicht überlegen ich dachte das kommt erst wenn ihr schießt ich freue mich mal surfer artillerie wir haben da nicht geschossen wie der handwitz man merkt ja nicht das so kein zwerg schade schade ja ja ich arbeite nur daran ich muss mir mit alltagszeit verbringen also das ist irgend nekromant drin und die haben die tore geöffnet und der sagte hallo ganz einkommen und dann hat ganz wenigen gehängt das ist witzig das ist lustig in der tante das war lustig aber den witz schreibt das leben den habe ich nicht erzählt aber ich werde ihn erzählen in xonos und ich werde ihn als mein witz ausgeben sicher keiner widersprechen ich schreibe die besten sitze natürlich so ein bisschen wie die seite sonst wird er auch nicht hochkönig also noch ein bisschen was anderes dazu aber ich gehört wollte wollte das hat uns alles erzählt und bier trinken alles ich weiß gar nicht wie hieß denn der jahrs krähen war anders ja ja ich habe meinen von denen vergraben lebendig das ist irgendwie so toten beschwöre keine guten leute aber ihr habt eine riesen schlacht verpasst also wunderbar alles wurde noch mal egal ist was sage ich denn rommel ist wurde angegriffen alles auch na ja wir haben das modell ist von undergast kennt ihr den klingt alle aber mir erklärt auch noch mal eben wer das war ich habe auch keine ahnung menschen namen klingen alle gleich es war ein parkierer ich bin froh dass ich mir den namen habe mir merken kann dann bin ich auch froh auf ihm hatte ich verstanden diese namen würde ich niemals vergessen ja und jetzt ist er tot das ist also gut ja und dann habe ich seinen kopf durch die straßen getragen und seine leute haben sich trotzdem nicht ergeben aber schleich aber guck mal mir ist jetzt genauso groß wie ihr was auch noch nicht ganz aber ihr solltet euch ein reitbären besorgen die basse so schlecht in die stollen na ja 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 poltags will einen hund aber vielleicht kann ich ihn auch von einem bären überzeugen vielleicht nehmt ihr kein eisbär sondern einen höhlenbären ist eine gute idee in 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 in